Ich glaube, wir wollen einen Klauen hier. Aha, der kommt mit dir mit. Wechsle zu Emilio Matisse. Gut, das machen wir mal. Jetzt spielen wir mal Emilio. Was hat der? Der hat einen Golfschläger, einen kleinen Rucksack. Jo, es geht. Maya ist traurig. Was passt dir nicht? Oh Gott. Maya. Wo ist die Alte? Wo ist Maya? Das ist Maya, glaube ich. Was? Man müsste hier so laut sein. So, was machen wir jetzt eigentlich? Schauen wir mal. Hier haben wir Fände. Zombie Leute, was muss ich jetzt machen? Gut, wir holen jetzt mal die Medikamente, würde ich sagen. So. Die Karre ist sicher nicht repariert. Die Karre ist weg. Ey, die haben meine Karre geklaut. Nee. Hier ist sie. Die habe ich aber woanders geparkt. Ich verarsche, ey. Ja, ja. Feier nur hin, dass das repariert wird. So. Ich hoffe, das wird jetzt repariert hier. Na? Schön meine Karre reparieren. Ich mag das Auto. So, jetzt müssen wir... Da ist ein Zombie. Nee, der Golfschläger ist nicht mein Super. Jetzt haben wir... Oh, jetzt kommen die wieder von allen Seiten. Hm. Scheiße. Da ist immer gar nicht tot. Jetzt aber. So, gut. Da müssen wir vorbei. Woah. Was ist der so schnell müde? Hat er keine Ausdauer? Nee. Mann, da sind die Leute hier faul. Da ist eine Zombie-Rolle. Da gehen wir lieber nicht hin. Da müssen wir hin. Da ist die Tierklinik. In der Nacht, wie ich es lebe. Hm, da gibt es Munition geradeaus. Da gehen wir nachher rein. Na komm. So. Mach mal zuerst die Tierklinik. Das ist der Auftrag. Ich weiß jetzt nicht, das ist ein Neben- oder Hauptauftrag. Aber ich glaube ein Hauptauftrag. Uh, das sind zwei. Schön in Deckung gehen. Muss uns nicht jeder hier sehen. So. Und hier geht er ein bisschen schneller schon auf die Seite, auf die Seite, auf die Seite. Lass, 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 lass. Hopp. So, da sehe ich mich jetzt, die Venina. So, wo sind die zwei? Ich hoffe jetzt gar nicht mehr. Also der verliert schneller Ausdauer wie der andere. Was hat denn der für Eigenschaften? Fitness-Guru. Da merke ich aber nichts davon. Wie ist denn diesen Fitness-Guru? Wenn die Ausdauer ausgehen, der ist erledigt. Man kann weder kämpfen und weglaufen. Ah, da stehen die Eigenschaften. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Plündertempo. Jeder hat so hier seine Vorteile. Hm. Oh, da ist ein Zombie-Wordern. Na, das kannst du jetzt brauchen. Äh, nee, 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 nee. Gut, dass gerade die Mission anfängt, aber jetzt habe ich sicher die Zombie-Wordern-Arsch. Du bist der Newbie, also du kriegst einen Bust in der Tür. Die Tür wird weniger Geräusche. Oder, hey, you could do it like a total fucking idiot. Up to you. Just get us inside. Abyss. Ist die Zombie-Wordern jetzt hier? Nee, die ist weg. Lol. Oder? Ja, die ist weg. Mit der Mission ist sie weg. Oh, ein bisschen komisch, aber okay. Da vorne ist einer. Gut, dann gehen wir mal rein. Ich nehme die leise Variante. Wie viele von euch sind hier? Zwei, okay. Einer, der uns nicht leiden kann. Der andere geht. So. Oh, 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 oh. Guck, die machen wir mal platt, nur zur Sicherheit. Nur Power hat er, der Schläger, aber... Das hört wieder jeder hier wahrscheinlich. So, jetzt suchen wir mal die Böder. Okay, hopp zu. Let's get this done and get the hell out. Try to keep the zombies outside, huh? And who the hell put you in charge? How about years of experience on the beat, huh? How's that grabbing? I didn't realize, the department of fish and wildlife counted as a beat. So, was haben wir hier? Medikamentenressourcen. Rucksack beladen. Machen wir doch mal. Ja, and if we got a deal with any zombies proud, it'll be the first one, first to our door. Ich weiß, jetzt machen wir mal die Tür hier zu. Ah! Hallo, helft ihr mir? Mann, helft mir doch, ihr Penner, ey. Was hab ich für Team-Kameradenschweine, ey. Hallo? Ich hab wirklich Kameradenschweine hier erwischt. Guck mal, hier noch mehr, ey. Die scheiß Tür hier zu. So, jetzt müssen wir ein Schmerzmittel nehmen, sonst sind wir hinüber. Oh, endlich mal Ruhe hier. Oh, Mann, 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 Mann. So, jetzt machen wir das. Ich verbarrikortier das jetzt, sonst hab ich keine Ruhe. Ah, macht aber auch Lärm. So, das auch noch hier. Sicher ist sicher. So was haben wir hier Medikament gut das lassen wir der funk funktioniert noch nicht später kriegst du einen funk da kann man das abholen lassen also lasse ich das mal hier liegen ja das nehmen wir mit weil es wäre Verschwendung gesetzt also dann bewertet euch doch sind wir weg hier hallo wir haben dieses Ort gelockt dicht her so hier ist nichts mehr hier ist nichts mehr schauen wir nur hinten in die Garage hier machen wir Licht wieder aus hier noch was ist hallo ist hier etwas drin aber zum abstauben gibt es was jetzt kommen die auch wieder hier gibt es lebensmittleres was das muss man dann nachher abholen würde ich sagen gut dann gehen wir mal bringen die Läufe nach Hause gehen wir mal auf die Seite hier oh das macht ihr schon oder gut dann gehen wir mal zu dritt geht das schon aber viel besser so da ist zu Hause was muss man hier oh scheiße da ist meine Worte die sind wieder vorbei kommen dann müssen wir unten laufen dann müssen wir unten laufen weil sonst geht es nicht ich kann ja nicht eine Zombie-Worte jetzt mit dem scheiß Rucksack hier so runter oh hopp Medikamente ziehen wir uns auch noch rein besser Full-Life so dann laufen wir mal so gut es geht das ist auch noch scheiße ihr macht das Jäger macht dann so viel Lärm ey ich muss da links drauf gut gehen wir mal da unten das ist sicherer glaube ich der Snack ist nicht so unpraktisch kannst du halt schnell laufen oh dann nimm mal den Snack jetzt ich muss wieder nach oben ey zum Infektionsherd will ich jetzt nicht unbedingt ich glaube da kommen wir nicht dran vorbei oder? ne da geht's rauf genau rein ah ne du da laufen wir jetzt rundherum da sollte man in der Nacht schon mal gar nicht rein so run 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 weg hier sind dann irgendwie da rüber die zwei sind jetzt nicht so das Problem so lange nicht mehr im Moment motherfucker genau so rein Snack haben wir ziehen wir uns mal rein so ja sag mei der benutzt ja ja super sie sitzt wo ist die Tussi besser gehen wir wir haben Zambi hinter uns ah beschafft ein Fahrzeug ok hier ist ein Fahrzeug oder wie das sieht gut aus pick up pick up ist immer gut ich brauche einen Sprecher nicht jetzt schmerzwerter 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 behält dich ein bisschen ahn die lässt sich Zeit bam jetzt herunter nach links jetzt renne ich jetzt wieder die Schie hoppala bam oh zong wir wurde bam 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 so dann noch mal nen Rest auch noch zum wir wurde weg So, da geht's lang. Fahren wir mitten durch den Wald. So was nennt sich dann Abkürzung. Hoppa. Ups. Nee, hier nicht. Hier. So. Aussteigen. Geh weg da. Ist der repariert? Nö, es sieht nicht so aus. Ja, gut, ist auch noch nicht da. Ratschlag, Schlafbereiche einrichten, Moralproblem, Traurigkeit. Ja, soll ich tanzen für euch oder was? So, da. Jetzt gibt's gleich. Es gibt Moral. Und Einfluss. So, was haben wir hier? Oh, Medikamente hab ich jetzt mehr als genug. Ähm, ja. Der ist auch schon müde. Hey, ihr seid doch wirklich alle faul. Dämpft Schusslärm. Gut, den gehen wir mal ab. Hallo. Zerstören? Nö. Zerstören. So, dann gehen wir mal in die Gemeinschaft. Wir teilen ja mit allen. Das behalten wir. Ja, das kann man auch behalten. Eine neue Waffe braucht er. Nehmen wir das. So, jetzt muss ich wieder wechseln. Da will wer was von uns. Wie geht's? Vernicht ein paar Zombies und plaudere ein bisschen. Aha. Entscheide ich später aus Gemeinschaft. Aus Gemeinschaft werfen! Ja, ist das lustig. Nee, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Zombie wurde abfangen. Ja, was ist das da? Bedarf zu Hause Materialien. Ah. Gibt's sonst noch so? Was ist das da? Aussichtspunkt. Dann hab ich das schon benutzt. Hm, komisch. Der ist wahrscheinlich immer markiert. Ja, hier auch. Das ist anscheinend normal. So. Zombie wurde können wir abfangen. Oder jemand braucht eine Ansprache. Gut, ich mach jetzt hier mal einen Cut. Eine Spielpause. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.